Alison Bosch auf Enthüllt, wie Meghan dem Opfer-Narrativ von Harry entkommen und mit Liebe führen möchte, während er als globale Philanthrop gesehen werden möchte. Für ein Paar, das sich lautstark auf ihre unerschütterliche Verbundenheit beruft, waren Prinz Harry und Meghan in letzter Zeit häufig und verwirrend getrennt. In knapp über einer Woche, in der sie mehrere öffentliche Auftritte hatten, waren sie nur einmal zusammen auf einem Beyoncé-Konzert letzten Freitag in Los Angeles. Meghans Mutter, Doria, war ebenfalls dabei, und Harry wechselte zwischen enthusiastischem Tanzen und gelangweiltem Starren. Andere Auftritte des Paares erfolgten jedoch streng solo. Einige behaupten, dass die fünfjährige Ehe des Paares auf eine Scheidung zusteuert, befeuert von Meghans Gewohnheit, ihre Verlobungs- und Ewigkeitsringe abzunehmen, so wie sie es am Montag auf dem Konzert tat. Eine Quelle in Los Angeles mit einer führenden Medienposition in Hollywood sagt Elson, es ist zu 100% vorbei, das höre ich, und das höre ich seit Monaten. Ein anderer sagt, dass Netflix ihren Vertrag in zwei Jahren wahrscheinlich nicht verlängern wird, einfach aus dem Grund, dass sie nicht erwarten, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch ein Paar sind. Durch Gespräche mit Freunden von Meghan und durch die Untersuchung der finanziellen Angelegenheiten des Paares können wir das neue Bas-Wort für Montecito II enthüllen, Markentrennung. Niki, die Expertin für Markenkultur und Freundin der Herzogin aus der Zeit vor ihrer Begegnung mit Harry, erhält, was die Anwesenheit von Lilling aufdeckt und was Markentrennung in der Praxis bedeutet. Eid sagt, der erste Schritt dazu sei, Meghan von der Opfererzählung und von Harry zu entfernen, damit die Menschen sehen können, wer sie wirklich ist. Sie muss einen Weg finden, Harry zumindest die Schuld für die Entfremdung von ihrem Vater zu geben. Vielleicht kann sie ihre Geschwister beschuldigen und sie weiterhin auf Abstand halten. Meghan muss vergessen, eine Herzogin zu sein, und gute Taten vergessen. Sie hat sich in Montecito isoliert und sich versteckt. Wie wird Meghan aus der Opfererzählung herauskommen? Während Harry direkte und jammernde über seine Opferrolle war, hat auch sie das Opfernarrativ in Bezug auf die königliche Familie verwendet. Sie waren diskriminierend, unbewusst voreingenommen, sie wurden auf ihre Hautfarbe aufmerksam gemacht, sie erhielten keine mentale Hilfe, sie waren gemein, Karte brachte sie zum Weinen, sie bekam nicht das Diadem, das sie wollte, und so weiter. Jetzt ist es zu spät. Hätte sie dies vor dem Jubiläum versucht, hätte sie es vielleicht geschafft, aber sie hat ihre wahren Absichten gezeigt, und die Medien haben sich gegen sie gewandt. Sie ist zur Lachnummer geworden. Wenn sie dies vor Opera gemacht hätten, hätten sie die Welt zu ihren Füßen gehabt. Schade, dass sie zu kleinlich, gehässig, gierig und ungülduldig waren. Sie haben ihre Familie für ein schnelles Buch verkauft und ihren eigenen Ruf beschädigt. Und während sie dabei waren, hätten sie ruhig und stilvoll bleiben sollen, bescheidener sein und innerhalb ihrer Möglichkeiten leben sollen. Hätten sie ihre Marken langsam und gründlicher aufbauen können. Sie hätten viel mehr Geldmittel gehabt, und es gäbe immer noch Brücken zur Familie, und die königlichen Verbindungen würden immer noch eine Sicherheitsnetz bieten. Sie waren zu kurzsichtig. Megan ist zu sehr von sich selbst überzeugt, dass sie dachte, sie könnte Harry davon abhalten, die Scheidung einzureichen, indem sie abgenutzte Verführungsstaktiken verwendet, die ihn immer gereizt haben, und ihn weiterhin medikamentös behandelt. Wir haben es alle auf dem Beyoncé-Konzert gesehen, als sie sich in der Skybox um seinen Hals warf. Er hat sie einen Moment lang belustigt und dann Abstand genommen. Sie nutzt es aus, solange sie kann, obwohl Harry bereits die Scheidung eingereicht hat. Er ist wahrscheinlich nachsichtig und lässt sie versuchen, auf eigene Faust Arbeit zu finden, bevor sie in der Scheidung nicht viel bekommt.